Samba faltete die Aufforderung, das französische Territorium zu verlassen zusammen, und steckte sie in die Tasche seines Blousons. Er war frei. In der Ferne hörte er das Geschrei von der Pferderennbahn, in den Bäumen pfiff der Wind und er hätte schwören können, dass er Yellow Submarine sang. Irgendwo in der Luft klatschte etwas mit nervtötender Regelmäßigkeit, eine französische Fahne. Die Verwaltung des Zentrums ließ ihn in dem Glauben ziehen, dass er brav in ein Reisebüro gehen und ein Flugticket nach Mali buchen würde. Die Verwaltung war sehr naiv. Er war der gewaltsamen Abschiebung entgangen, und freiwillig würde er nicht gehen. Zumindest würde er versuchen, noch ein bisschen zu bleiben, bis zum nächsten Mal, selbst wenn bleiben bedeutete, dass er von nun an vogelfrei war. Aber er konnte nicht gleichzeitig Frankreich lieben und es verlassen. So begann er von Neuem zu laufen, und er lief schnell bis zur RER-Station von Joinville, als könnten sie es sich noch anders überlegen und ihn in den Wäldern wieder schnappen. Mit Freude sah er seine vom Schatten ihrer Häuser verdunkelte Straße wieder und das Labyrinth der Nummer vier mit ihren abenteuerlichen Treppenaufgängen und den übereinander gestapelten Briefkästen im Treppenhaus, den halben Treppen, die nirgendwohin führten, den von den Stromzählern illegal abgezweigten Leitungen, dem Rauschen der Fernseher, dem Lärm der Kinder, den Familienstreitigkeiten. Bis zu 58 Familien lebten hier, an die 230 Personen. Die Flure waren stockfinster. Weder mit ihren Einkünften noch mit ihrer Findigkeit konnten die Menschen, die hier hausten, das Sonnenlicht hereinholen. Aber Samba hätte sich auch mit geschlossenen Augen zurechtgefunden. So gut kannte er jeden Winkel, jedes Gesicht, die Farbe einer jeden Tür, jedes kuriose Detail in dieser eigenen Welt. Er durchquerte den Innenhof mit seinem Wust von hier abgestellten defekten Gasherden, Kunstledersesseln, mit Paketband geflickten Sofas, leeren Kartons, Fahrrädern und Wäsche, die auf Plastikständern zum Trocknen aufgehängt war. In einer Ecke wusch sich eine Frau im Bubu. Ein Mann las in einem Blatt mit Kleinanzeigen. Ein Kind, das auf einem rot-gelben Feuerwehrauto vorüber sauste, lächelte ihm zu. Samba war glücklich, wieder zu Hause zu sein. Wie immer, wenn er etwas Schlimmes erlebt hatte, verschlang er alles, was ihm sein Onkel an dem Tag servierte. Es gab ein Brathähnchen, und heute, so unmittelbar nach Vincennes, hätte er es am liebsten allein aufgegessen. Er hatte befürchtet, Lamuna würde ihm erst einmal eine Strafpredigt halten, wie schon am Telefon, aber er stieß nur einen tiefen Seufzer, der Erleichterung aus und sagte nichts. Das karge Licht, das durch die schmalen Fenster sickerte, stand wie eine feine Wand zwischen ihnen. Er erzählte Lamuna alles. Erzählte von der Brutalität, die er erlebt hatte, der Härte in den menschlichen Beziehungen, vom Hundegebell und dem Gebrüll des Personals. Er gestand ihm, dass er Angst gehabt hatte. Jeden Tag waren Menschen gewaltsam abgeschoben worden. Grundsätzlich sollten die Ausgewiesenen 72 Stunden vorher darüber informiert werden. Häufig aber geschah es erst am Vorabend, und um fünf Uhr früh wurden sie schon geholt. Wenn die Männer dann begriffen, weshalb man sie weckte, gab es Tränen und Geschrei. Er erzählte Lamuna von den Tunesiern, von dem Türken und seiner Rasierklinge, von den Hungerstreiks, von den Versuchen einiger Verzweifelter, sich mit dem Gürtel oder mit Schnürsenkeln zu erhängen, sich mit Tabletten umzubringen oder Nägel zu schlucken. Und während er ihm das alles erzählte, nickte der Onkel nur und legte ihm wieder etwas auf den Teller.